Das sieben Köche sieben Tage und sieben Nächte mit Zug gebracht haben, jeden Zug zuzuleiten. Und ihr seht, hier ist der Kind in ein kräftiges A. Und ihr seht, euer Sud ist in einem ganz jährlichen Testling aus Brotteig gefärscht. So scheint es dann erneut zu sein, die Köstlichkeit auch zu probieren. Komm, komm, hau' mir das Glück, nein. Oh, 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 gefahrt, gefahrt, gefahrt. Hey, es wird uns mal mit der Finger und wir sind los. Ekelhaftig. Entschuldigung, die hässliche Frau. Oh, sorry, sorry, hab ich gerade verwechselt. Ich hab's auf Kamera. So lasst es hören, was dann darfst du sagen. Nicht anfassen! Warum ich mich immer alle anfasse? Oh Gott! Sobald ihr nichts verstanden habt, gelangt euch bei der dumme Kuh, dem blöden Hund. Komm mit Kuh! Komm mit Kuh! Nächste! Nächste! Warum? Ein Kling, ein Klon, ein Angenieb! Schade! Ich hab was zu essen. Was müsst ihr tun, damit ihr auch was bekommen?